Willst du wissen, warum die Berlin-Wahl am 12. Februar wiederholt wird? Die Vorbereitung und Durchführung des Wahltages 2021 war katastrophal. Stimmzettel fehlten und wurden falsch ausgegeben. Es gab zu wenige Wahluhren, was zu langen Schlangen führte. Deshalb wurde in vielen Wahlkreisen bis nach 18 Uhr gewählt. Obwohl zu diesem Zeitpunkt schon erste Prognosen von Medien veröffentlicht wurden und sich ein Kopf-ein-Kopf-Rennen abzeichnete. Außerdem drei verschiedene Wahlen an einem Tag plus Volksentscheid, Marathon, Corona-Auflagen. Alles andere als einfache Bedingungen, oder? Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat sich für eine komplette Wahlwiederholung entschieden. Im nächsten Video erfährst du, was für oder gegen die Wahlwiederholung spricht.